NSH Hallo, ich bin Sascha Götz und ich bin der schnellste Hochstapler der Welt. Meine Lieblingsdisziplin beim Hochstapeln ist der sogenannte Cycle. Hierbei baue ich einen Dreierturm auf, einen Sechser-Turm und einen Dreierturm. Ich baue alles wieder zusammen, baue danach zwei Sechser-Pyramiden auf, stelle die alle zusammen, stelle zwei Becher zur Seite und baue eine Zehner-Pyramide auf und baue so wieder ab, dass wieder 3-6-3 steht. Wenn man als Anfänger das schon in der Geschwindigkeit hinbekommen würde, wäre das schon richtig klasse, aber als Profi, wenn man das lange trainiert hat, sieht es dann so aus. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.